Wir haben einen Gockel-Club gegründet und jeder ist herzlich willkommen, kann dabei sein. Ich bin im Studio als Wirtschaftschef Christoph Warga. Ist die erste Gefahr in Bank? Die Spieler vom SC Wiener Viktoria sind offenbar besser als man glaubt, Martin. Ja, vor allem im ÖFB-Fußballcup. Sie heiraten an diesem Tag. Was wünschen Sie sich? Einen fetten BMW. Pfarrer Christoph ist wirklich anders und er hat auch immer himmlische Ideen. Herzlich willkommen. Sie, Sie zu Hause. Sie, genau. Sie wissen, wie es geht.